Oh nein, oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße, Digga. Hey, holen Sie! Willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Leute, ich bin hyped, Alter. Ich bin wirklich, wirklich hyped. Ich hab mir wirklich die ganzen Bewerbungen von dem Cutterding angeguckt und es sind schon wirklich einige sehr, sehr coole Sachen dabei. Bewerbt euch aber trotzdem noch hey-einsendungen-at-gmail.com, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt, meine nächste Karte zu werden. Ey, ey, hier ist cool, cool. Heute geht's mal wieder um den kleinen Flasch-Busch. Flasch-Busch, hallo! Heute geht's um Flash und zwar... Warte... Okay, dass der Nieser kommt, aber der nicht niesen könnte. Ich hasse das, Alter. Naja, auf jeden Fall geht's heute um Flash, denn, Leute, seine Spielekiste ist leer, Leute. Ihr seht, da ist nur noch so was, so eine komische Tüte und noch eine andere Tüte. Wir werden heute neue Spielzeuge für Flash kaufen und ja, normalerweise geh ich dann in den Laden und kauf dann irgendwelche Kacke, aber heute werden wir's so machen, dass Flash mich durch den Laden führt und alles, was er berührt, werd ich kaufen. Also alles, was er irgendwie gut findet, wird einfach sofort in den Einkaufswagen getan und wird mitgenommen. Flash entscheidet also, was hier gekauft wird. Flash, komm! Ja, du wirst euch alles entscheiden! Ja, du wirst euch alles entscheiden, ne? Lauf, leider waren! Ja, Leute, er hat auf jeden Fall Dinge zu tun, er ist busy. Ja, mach du ruhig, tschüss! Ich mach mein Work alleine. Ja, Leute, ich würd sagen, wir gehen jetzt zusammen zum Fressen ab und ich bin mal gespannt, für was sich Flash entscheiden wird. So, Leute, wir sind da und ich würd sagen, der kleine Mann ist schon heilt, vor allem überbelichtet, man kennt ihn, Digga. Okay, Leute, ich bin gespannt, was er sich aussucht. Wir brauchen natürlich hier erstmal so ein Ding hier. Hoffentlich hab ich einen Euro, Digga. Uff, angenehm. Okay, Leute, ich würd sagen, hier geht's los. Let's go, Flash! Okay, das müssen wir schon mal mitnehmen, Leute. Was nimmt er? Was wird er sich als nächstes aussuchen? Wie läuft er den ganzen guten Sachen vorbei? Nein, erstmal den Katzen-Sachen, Leute. Ach du Scheiße, wie dumm. Oh mein Gott, was sucht er sich hier für eine Kacke aus? Werner Mann, was suchst du hier? Oh, 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 okay. Let's go, dann nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Was auch immer das ist. Ja, er ist hype, er ist hype. Oh, 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 okay, alles klar. Diesen komischen Dings nehmen wir auch mit, ja. Okay, den können wir jetzt nicht mitnehmen. Irgendwie ist er momentan noch ein bisschen verwirrt. Also, so richtig, weiß ich, so richtig im Plan leider nicht. Oh, 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 okay, alles klar. Leute, guckt euch hier unsere Auswahl an, Digga. Was ist das, Alter? Wie ekelhaft, Alter. Widerlich. Okay, wir sind bei der Kaninchenabteilung gelandet. Oh mein Gott, bitte nicht, Digga. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, ach du Kacke, Digga. Bist du dir sicher, Flash, ein Laufrad für Hamster? Äh, ah ja. Wenn du es so wünschst. Oh nein, oh mein Gott, Digga. Nein. Ach du heilige Scheiße, Digga. Das ist ja mal viel zu groß, Digga. Ach du Scheiße, wenn er es will, Leute. Ach du Scheiße, Digga. Okay, ich glaube, das ist genug ausbeutet. Das ist wirklich genug jetzt. Das ist zufällig, Digga. Willst du noch einen? Na gut, natürlich, kleiner Mann. Okay, Leute, Flash ausbeutet am Schluss. Das ist auf jeden Fall etwas viel geworden. Hat jetzt auch, glaube ich, über 100 Euro gekostet. Tja, Ehre, Mann, Digga. Rein da. Oh mein Gott, Flash, du machst mich arm. Okay, Leute, hier haben wir unsere ganzen Sachen. Digga, guckt euch mal an, wie riesig dieser Knochen ist, Alter. Ich glaube, der ist so groß wie ich, Alter. Tschüssi, Junge. Was ist das für ein komisches Ding? Wir können nicht wissen, was das ist, Digga. Ich will es einfach nicht wissen. Ich lege es einfach wieder zurück. Flash wollte es haben. Ja, ich würde sagen, die geben wir ihm beim Letztes, weil sonst ist er darauf die ganze Zeit angefickt. Wir bringen dir jetzt erstmal diese tollen anderen Sachen, die er sich da geholt hat. Oh, Barsch, ja. Bist du hyped auf deine kleinen Sachen, die du gekauft hast? Bist du hyped? Alter, was hat er sich da für eine Scheiße rausgesucht, Digga? Guck mal, wie hyped er es? So, als ob es wirklich ist, gerade feiert. Oh ja, mein Einkauf hier, Digga. Okay, dann würde ich sagen, packen wir mal dein Laufrad aus, Flash. Ja, Mann, das wolltest du ja so gerne haben. Hier, Flash, dein Laufrad. Juhu. Mann, ist das toll. So, Flash, komm, roll da rein. Toller Kauf, ne? Hast du sie super ausgesucht, kleiner Mann. Das hat ja lange gedauert. Wisst ihr, den Hype verloren hat keiner Warten. Hier ist ein komischer Elefant. Ein komischer Elefant. Oh, den häupt er, den flitter geil, den Elefanten. Ja. Ja, dieses Haus stinkt so nach Scheiße, Alter. Hol dir den Elefanten. Oh ja, den Elefanten, okay, das äh. Der will immer noch diese Dinge haben, die draußen liegen. Ja, da haben wir hier noch diese komischen Sachen hier. Mal schauen, was das hier ist. Dieses Video hat mich sehr viel Geld gekostet, Flash. Guck mal, wie hyped er ist. Boah. Stinken die, Digga. So, ich krieg sogar Tränen in den Augen, Alter. Hol's dir. Boah, okay. Mhm, toll, ne, Flash? Wie lecker. Boah, ist das ekelhaft. Aber das ekelhafte kommt jetzt leider noch. Leute, seid ihr bereit für die Fische? Mmmh, Fischaugen. Boah, Digga. Ich hab noch nie so was Ekliges gerochen, Alter. Okay, Sitz. Boah, ist das ekelhaft, Digga. Boah, hier ist der Tolle. Boah, Junge. Wie das auch sieht, Digga. Wie so ein toter Mr. Krabs, Digga. Einfach nice. Mmmh, lecker Flash. Hol's dir. Ey, für ihn ist, glaub ich, heute der Lieblingstag, Digga. Ey, das stinkt so, Alter. Ich kann das nicht mehr weiter. Boah, Digga, ich kann das nicht mehr. Ja, hier sind halt noch so Hunderöllchen drin. Ich glaub, die kennt er aber auch schon. Also, so cool sind die nicht. Ich würd sagen, wir holen jetzt den XXL-Knochen rein. Auf den ist er sowieso am meisten gehypt. Schauen wir mal, ob er überhaupt was anfangen kann. Oh, warte mal. Digga, er will nicht mehr mal mitkommen. Der Fisch hat seinen Hype jetzt geholt, Digga. Sorry, Flash, aber ich muss ihn leider wegtun, Digga. Das stinkt so ultra. Boah, das stinkt so ultra stark, Digga. Sorry, Bro. Aber das stinkt mir zu sehr. Yeah. Ja, der Riesenknochen. Digga, was ist das? Alter, tschüss, Junge. Ist das riesig, Digga. Guck mal, wie er sich dreht von Freude. Ich glaub, heute ist echt sein Lieblingstag, Digga. Alter, wie süß ist das? Oh mein Gott, das ist das Süßeste. Ich muss da ein Replay von haben. Ja, Minimann. Ja, Minimann. Boah, tschüss, wie hype der ist. Oh. Hier, wo ist der kleine Mann? Alter, ist das süß, Digga. Okay, viel Spaß, Flash, mit deinem Riesenknochen. Ich glaub, wir haben Flash auf jeden Fall richtig glücklich gemacht heute. Das kann man auf jeden Fall bestätigen, Alter. Guckt euch das an, wie hype der auf diesen Knochen ist. Die Kiste ist auf jeden Fall jetzt wieder voll mit Sachen. Das einzige richtig gute Spielzeug ist halt, wie gesagt, dieser Panda, den ich jetzt da jetzt reintun werde. Ja, und natürlich nicht zu vergessen das wunderschöne Laufrad, Alter. Das ist richtig komisch stinkt, Digga. Okay, das ist unsere neue Leckerli-Kiste, die von Flash ausgesucht wurde jetzt. Richtig nice. Flash gönnt sich auf jeden Fall seinen XXL-Knochen, Leute. Leute, seid ein Blitz, meine Freunde. Geht auf Hayshop.de durch den besten, sexiesten Lightning-Mensch der Welt, Leute. Seid schneller als jeder andere. Seid einfach ein Blitz. Das war's vom heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ganze Ding geben, weil es sonst wieder fett. Genauso wie ich. Okay, Leute. Ich würde sagen, geht auf Hayshop.de durch den besten Sexiesten Lightning-Mensch der Welt, damit ich weiterhin coole Videos machen kann und Flash und unnötige Dinge kaufen kann. Haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Wir tue просто einStudio field. Paris auf Hayshop. I want the act, not the ghost.